Was? Es gibt ein geheimes Ranking? Und wie funktioniert eigentlich das Arena bzw Kolosseum Update? Moin, mein Name ist Agito und in diesem Video zeige ich euch, wie die Arenen freigeschaltet werden, spreche über die verschiedenen Modis, über das geheime Rangsystem und warum dieses Update auch für PvE-Spieler extrem cool ist. Und es geht los, nach dem Intro. Bevor wir ins eigentliche Thema gehen, möchte ich ein mir sehr wichtiges Thema ansprechen. Zuerst einmal vielen Dank an die Kanalmitglieder, die auch wenn ich aktuell wenig Videos hochlade und sie aktuell nur wenige Stunden vorab für die Kanalmitglieder zur Verfügung stellen kann, trotzdem hinter mir stehen und schon mehrere Monate in Folge immer wieder ihre Kanalmitgliedschaft erneuern. Ich arbeite daran, diese Vorteile noch weiter auszubauen und die Videos einige Tage vorher fertigzustellen und euch schon vorab den Zugang dazu freizuschalten. Wenn ihr weitere Ideen für Bonis durch die Kanalmitgliedschaft habt, außer zum Beispiel diese Emojis, die man in Livestreams sehr cool verwenden kann, lasst es mich gerne in den Kommentaren oder auf Discord wissen. Und jetzt starten wir rein in das eigentliche Thema. Seit dem Release des kostenlosen Kolosseum Updates hat sich für alle PvP-Spieler und alle PvP-Interessierte eine ganz neue Möglichkeit ergeben, um sich entweder mit anderen Spielern zu messen oder einfach eine Menge Spaß zu haben. In meinem Livestream zum Release-Tag habe ich das System bereits ausgiebig getestet. Dort seht ihr, wie ich ungeschnitten aufs Maul bekomme und natürlich auch mal gut verteilen kann. Es war eine absolute Achterbahnfahrt. Schaut euch also gerne das Video die dazu an, ich verlinke es euch mal oben rechts. Zuerst einmal zeige ich euch, wie ihr die Arenen freischaltet. Ihr solltet auf jeden Fall alle Arenen freischalten, denn nachdem ihr alle einmal frei habt, erscheint diese Statue hier in der Tafelfeste. Mit der könnt ihr direkt auf alle Modis zugreifen und könnt so auch Modis spielen, die es in den Arenen nicht gibt. Der erste Standort ist hier, Limgrave Colosseum. Erreichen könnt ihr das am besten, wenn ihr hier bei Hütte am Sturmhügel ein bisschen in diese Richtung hier lauft. Hier ist auch noch ein kleines Leuchtfeuer zur Orientierung. Und dann müsst ihr nur noch hier diesen Weg lang reiten. Das war ganz schön easy. Naja, es ist eine der leichtesten Arenen, die ihr jetzt betreten könnt. Hier drin angekommen, könnt ihr direkt hier die Kämpfe beginnen. So sieht das Menü aus. In dem Limgrave Colosseum habt ihr nur eine begrenzte Möglichkeit, was ihr auswählen könnt. Wir haben hier das Kampftribunal. Das bedeutet, die Spieler gelten als verfeindet. Also alle gegen alle. Hier können wir auch einstellen, ob Zweikämpfer, vier oder sechs. Geisterasche ist hier verboten. Alternativ können wir auch Schlacht auswählen. Hierbei sind es vier oder sechs Spieler, werden in zwei Teams aufgeteilt. Auch hier können wir das wieder einstellen und sonst nichts. Wir haben hier kaum Möglichkeiten. Das mit dem Colosseumspasswort schauen wir uns an, wenn wir dann alle Colosseen freigeschaltet haben. Das nächste Colosseum befindet sich hier in Caylet. Das ist jedoch nicht ganz so einfach zu erreichen. Entweder ihr kleppt hier hinten Radar. Ihr geht dann hier drüber in den Untergrund. Schlagt euch hier durch. Bis ihr dann hier hinkommt unter dem Brunnen. Dort ist nochmal ein Aufzug, mit dem ihr hier wieder rauskommt und könnt ihr hier langen. Alternativ, wenn ihr Radar noch nicht weggekleppt habt, könnt ihr auch hier unten hingehen. Brunnen am Seofra. Wenn ihr hier runter geht, seid ihr auch hier an der Stelle. Ja, bisschen weiter vorne, als wenn ihr dann über den originalen Weg hier rüber kommt. Müsst ihr einfach nur hier runter. An der Seite gibt es so eine Stelle, wo ihr euch hier runter droppen lassen könnt. Dann geht es hier immer weiter runter. Ja, ist relativ selbsterklärend. Guckt euch das einfach mal an. Ich möchte das Ganze jetzt nicht im Spiel so, ja, vorgreifen. Angekommen an dem Caelid Colosseum sehen wir, dass das Feeling hier schon ganz anders ist. Eher düster. Auch gibt es hier nun andere Kampfmöglichkeiten. Wir haben einmal hier die Schlacht und dann das Duell. Hier haben wir immer ein 1 gegen 1, kürzere Zeit. Der Unterschied zwischen Duell und Schlacht ist einfach erklärt. Bei der Schlacht kämpft man 300 Sekunden so lange gegeneinander, ja, bis die Zeit halt wirklich endet. Und ja, wer den Gegner öfter gekillt hat, gewinnt. Also im Grunde ein Deathmatch. Bei einem Duell ist es nur 180 Sekunden und es endet, sobald einer besiegt ist. In Duellen trifft man also sehr oft auf Gegner, die einen sehr schnell und überraschend irgendwie weg-one-shotten oder so. Oder, ja, mit einer relativ ekelhaften Spielweise, gegen die man erstmal etwas üben muss. Daher finde ich Schlacht wirklich am besten, muss ich sagen. Also Schlacht-Zweikämpfer fand ich bisher wirklich am coolsten. In Caelid ist es so, dass die Geisteraschen hier erlaubt sind. Das bedeutet, ihr könnt einmalig, nachdem ihr gespawned seid, Geisteraschen verwenden. Nun das dritte Kolosseum, nämlich das königliche Kolosseum. Erreichen könnt ihr das super, wenn ihr die Goldene Stadt durchgespielt habt und hier an Refugium des Erdenbaums seid. Oder, falls ihr das noch nicht habt, könnt ihr es auch hier super vom westlicher Hauptstadtwall erreichen. Ihr müsst lediglich hier durch diesen Torbogen und euch bis ganz da oben begeben. Ich mache das Ganze mal im Schnelldurchlauf. Ein bisschen nervig sind diese Gegner hier. Ähm, ja, theoretisch könnten wir sie skippen. Das Problem, was ich dabei einfach habe, ist, dass die Wiedererwarten hier durchkommen können. Von daher, wenn ihr hier hingeht, kleppt die vielleicht vorher einzeln, wenn ihr euch hier ein bisschen genauer mal umschauen wollt. Haben die das gepatcht? Vorher konnten die hier durch. Oh ja, er kann immer noch durch. Okay, ähm, ich werde dann kurz einmal Schadensbegrenzung betreiben. So, schon besser. So, hier angekommen, gehen wir direkt an den Altar. Ja, wir haben hier nur die Möglichkeit, ein Duell zu starten. Allerdings ohne Geisterasche. Das heißt, das hier ist das königlichste Duell, das ihr haben könnt. Ich denke mal, das war auch extra so gewählt, dass das, sag ich mal, in Kaylet eher so ein bisschen cursed ist mit den ganzen Geisteraschen. In Limgrave relativ normal und hier halt eben dann dieses edle Duell auf Ehre und, ja, Hust. Im, im PvP gibt es keine Ehre. Die Leute tricksen euch aus, äh, killen euch richtig mies weg. Früher gab es Ehre, aber mittlerweile nicht mehr so. Ich versuch's noch mittlerweile, mich zu verbeugen, aber meistens greifen die Leute mich halt einfach direkt an, während ich mich noch verbeuge. Nachdem ihr nun alle Teile freigeschalten habt, gehen wir direkt mal zurück zur Tafelfeste. Hier an dieser Statue können wir nun rangehen und alles auswählen. Das Coole ist, dass wir hier alles frei einstellen können. Wir haben gesehen, bei dem königlichen Kolosseum, wie wir es hier unten ausgewählt haben, ist nur ein Duell ohne Geisteraschen möglich. Nun kann ich es allerdings auch einstellen, dass ich hier ein Kampftribunal oder Schlacht starte. Und zwar mit Geisteraschen, also genau das, was normalerweise hier nicht funktionieren würde. Deswegen kann ich es euch nur empfehlen, nehmt euch wirklich alle einzelnen Arenen. Und ja, wenn ihr das noch nicht könnt, weil ihr noch nicht so weit seid, kann ich es auch nur empfehlen, hier Limgrave. Denn dort habt ihr auch relativ basic Sachen. Ihr habt dort Schlacht, Geisteraschen verboten und könnt da einfach ein bisschen Spaß haben. Das Kolosseum Passwort ist ein sehr cooles Feature. Weiter, stellen wir uns vor, wir wollen eine 3 vs 3 Schlacht ausführen. Nun haben wir zwei Freunde, mit denen wir zusammen in ein Team wollen. Wir können es ganz einfach machen, dass wir hier dieses Passwort nutzen. Ich nutze in den Streams meistens einfach nur Agito. Und dann habt ihr hier die Zugriffsmöglichkeiten auf Einschränkung. Das Kolosseum Passwort wird für die Suche nach Verbündeten und Gegnern verwendet. Das bedeutet, wir sind hier ein komplett abgeschotteter Bereich. Das heißt, keiner, der dieses Passwort hier nicht verwendet, hat die Möglichkeit, irgendwie zu uns reinzukommen. Nur verbündetes Team. Das Kolosseum Passwort wird nur für die Suche nach Verbündeten verwendet. Die Spielersuche für Gegner läuft über ein anderes Passwort. Mit dieser Einstellung kann man ganz einfach mit seinen Freunden zusammen in ein Team gehen. Gewünschtes Team gehen wir in Team A oder Team B. Wenn wir sagen, wir haben jetzt sechs Freunde, die zusammen zocken wollen und wir können vorab schon mal zu Balancing Zwecken faire Teams erstellen. Anders sieht das Ganze bei Kampftribunal aus. Dort haben wir nur die Möglichkeit, bei Kolosseum Passwort einfach eine Gruppe zu starten. Das bedeutet, wenn wir fünf Leute sind, haben wir keine Möglichkeit, ja, zu sechst irgendwen noch ein Random mit dazu zu holen. Das ist deswegen so, damit man nicht zusammen teamen kann. Das wäre ja schon ziemlich unfair, zu fünft einfach in ein Team zu gehen und, ja, gegen einen dann zu kämpfen. Finde ich an der Stelle auch sehr wichtig, dass diese, ja, Möglichkeit einfach nicht besteht. Es kann zwischendurch einmal vorkommen, dass bei nur verbündetes Team, ja, das nicht so ganz funktioniert. Wenn wir hier mal auf Kampf beginnen gehen, wird hier nach verbleibenden verbündeten Gegnern gesucht. Ist jetzt noch ein weiterer in dieser Suchliste drin, dann steht bei verbleibende Verbündete 1 und bei verbleibenden Gegnern geht es ja dementsprechend runter, je nachdem, wie schnell wir da was finden. Falls es nicht ganz funktionieren sollte, einfach mal alle hier nochmal zur Statue abbrechen und am besten relativ gleichzeitig wieder neu starten. Das geheime Rangsystem. In Dark Souls gab es Eide. Diese waren mit Rängen verknüpft. Auch fürs PvP gab es solche Ränge. Früher konnte man diese erhöhen, indem man Eid-Items, welche man im PvE farmen konnte oder nach siegreichen Kämpfen bekommen hat. In späteren Teilen gab es dann auch eine Art Ranking. Gewinnt man einen Kampf, steigt man in der Rangliste. Verliert man, sinkt die eigene Wertung wieder. Das bedeutet, man muss durchschnittlich mehr Kämpfe gewinnen, als verlieren, um alle Belohnungen zu erhalten. Dieses System kommt nun zu Elden Ring. Naja, zumindest der erste Teil davon. Gewinnt man öfters, als man verliert, so steigt man im Rang. Erkennen kann man das an der Stärke des Leuchteffektes, der Banner oben rechts. Man hat also die Möglichkeit, dort seine Ränge zu erhöhen. Aufmerksam wurde ich darauf, als ich im Stream nach einem Match gefragt wurde, ob dieses Match trotz einer unfairen Ausstellung zum Ranking gewertet werden soll. Nun denkt man sich vielleicht, Och nö, jetzt muss ich Meta-Bilds spielen, die mir absolut keinen Spaß machen, um alles freizuschalten. Ja, genau diese Gedanken hatte ich, als ich vom Ranking-System gehört habe. Und je mehr ich mich in dieses System hineingelesen habe, wurde mir bewusst, warum ich die Werke von From Software so mag. Sie haben die positiven Aspekte, wie Rangsystem, ins Spiel übernommen. Sie jedoch so unscheinbar und unauffällig gestaltet, dass Spieler, die seltener gewinnen, keine entscheidenden Nachteile haben. Wichtig, es gibt zum aktuellen Zeitpunkt keine Items, Gesten oder sonstige Belohnungen, die an das Rangsystem geknüpft sind. Ihr könnt also genauso gut mit Spaß-Builds problemlos ins PvP gehen und ausprobieren. Unnötig ist das Ranking jedoch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mit jedem Rang die Seelen, Runen erhöhen, die man pro Sieg bekommt. Auch, dass eine Art rangbasiertes Matchmaking stattfindet, könnte ich mir gut vorstellen. Dazu sage ich aber zum Schluss des Videos noch was. Nun zum versprochenen Punkt. Wieso der PvP-Modus auch für PvE-Spieler interessant ist. Der 3 gegen 3 und der 6-Spieler-alle-gegen-alle-Modus ist super unterhaltsam. Es hagelt nur so von Flächenschaden, Spezialeffekte und Chaos. In Duellen ist mir meine persönliche Leistung sehr wichtig, da ich mich gerne verbessere und immer mehr dazulerne. In den Gruppenkämpfen und dem Alle-gegen-alle-Modus gibt es jedoch weder Ehre noch wirkliche Herausforderungen. Man spammt sich gegenseitig mit Flächenschaden zu, was sich zunächst sehr stumpf anhört. In der Praxis jedoch deutlich unterhaltsamer ist, als ich es gedacht hätte. Im Stream habe ich in diesem Modus schnell gelernt, dass es hier nur darum geht, mit Spaß und Action lachend in die Spezialangriffe der Gegner zu springen. Und diese wiederum mit seinen eigenen Spezialangriffen aus der Arena zu fegen. Meine ersten Runden habe ich durchweg verloren. Niederlage. So stand es jedes Mal auf dem Bildschirm. Doch ich bin aus jeder Runde mit absoluter Freude rausgegangen und mit Spaß in die nächste. Es ist gleichzeitig eine absurde, aber auch eine interessante Erfahrung. Plötzlich steht nicht mehr das Endergebnis, Sieg oder Niederlage im Fokus, sondern der Spaß während der Runde. Und genau das ist der größte Punkt dafür, es auszuprobieren. Also auch wenn ihr an PvP nicht so viel Interesse habt, probiert es einfach mal aus. Ihr habt keine Nachteile. Auch wenn ihr verlieren solltet, es ist egal. Habt einfach Spaß. Macht vielleicht irgendwelche Cosplays aus Animes, aus Filmen oder... Ja, macht euch einfach irgendwelche witzigen Builds. Zum Ende brauche ich eure Hilfe. Es gab ein paar Fragen, die ich bis jetzt zu diesem Thema noch nicht klären konnte. Wenn ihr die Antwort dazu kennt, könnt ihr diese ebenso wie Theorien dazu in die Kommentare packen. Erstens. Steigt die Runenbelohnung mit steigendem Rang? Ich hatte im Stream so ein bisschen das Gefühl, dass ich manchmal mehr bekommen habe und manchmal weniger. Aber konnte da jetzt noch kein wirkliches Muster daraus erkennen. Zweitens. Wird man eher mit Leuten gematcht, die den gleichen Rang haben? Im Stream hatte ich schon einige Matches gespielt und hatte dadurch auch schon einen gewissen Rang erreicht. Und als ich dann versucht habe, mit meinen Freunden zusammen gematcht zu werden, ohne diesen Freundescode zu benutzen, war es doch sehr schwierig. Und sie, die ungefähr gleichzeitig angefangen haben, haben eher ein Match zusammengefunden, als dass ich damit dazugeschalten wurde. Echt seltsam. Und drittens. Gibt es eine Levelbegrenzung, sodass man zum Beispiel nur 100 Level auseinander sein darf? Und wenn nein, wie wird das gebalanced? Diese Frage habe ich mir selber gestellt. Ich kam einmal in eine Runde, da habe ich gefühlt gar keinen Schaden mehr gemacht und vorher habe ich die Gegner regelrecht gewonshottet. Es war echt sehr seltsam und das ist auf jeden Fall was, was ich nochmal in einem Stream testen würde. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und hier habe ich noch ein Video, was euch sehr gefallen könnte. Wir sehen uns im nächsten Video oder Stream. Ciao, ciao. Ciao.